Moin, herzlich willkommen zurück zu Empire Total War mit Mo und Preußen. Wir hatten den Krieg mit Schweden beendet und wollten uns jetzt gen Osten wenden. Und da müssen wir noch die ganze Armee dahin schaffen und das dauert eine Ewigkeit, bis die da drüben ist. Und in der Zwischenzeit bauen wir ein bisschen Infrastruktur aus, würde ich sagen. Hier so ein paar Bauernhöfe zum Beispiel. Und gut, die Straßen können wir dann auch ausbauen, ne? Aber die sind auch so teuer im Vergleich zu den Bauernhöfen. Die Bauernhöfen sind halt viel günstiger. Deswegen fällt es mir leichter, die auszubauen, auch wenn es vielleicht, hm, weiß ich nicht. Straßen könnten nützlicher sein, weiß ich nicht genau. Finde ich immer schwierig, das zu beurteilen, aber ja. Wir könnten zwei Straßen pro Runde bauen. Zweimal getehrte Straßen pro Runde. Vielleicht sollte ich mich mal darauf fokussieren. Vielleicht wäre das sinnvoll. Ich fange nochmal einen Bauernhof aus. Und dann fange ich vielleicht nächste Runde mal an mit den Straßen. Wenn ich nicht damit anfange, werden sie auch nicht fertig, ne? Aber langsam ist unsere Ostfront auch fast bereit. Ach, die haben superviele Soldaten. Und die müssen wir irgendwie, irgendwie müssen wir gegen die ankommen. Kann sein, dass wir zu viel nicht Soldaten haben. Um eine Chance zu haben. Dass wir noch eine zusätzliche Armee brauchen oder sowas. Das kann sein. Wenn ich mir das so angucke, wie viele Soldaten, die da an der Grenze stehen haben. Hier schon mal eine ziemlich große Armee. Wobei unsere Armee vergleichbar groß ist. Aber hier haben die auch noch Soldaten. Wobei, das sind nur so kleine Armeen. Die möchte ich auf jeden Fall nochmal da gesammelt haben. Und wir könnten jetzt halt nochmal neue Leute ausbilden. Was haben wir denn hier an Soldaten? Keine Kavallerie auf jeden Fall, wie ich sehe. Hier Kavallerie. Und dann bräuchten wir vielleicht nochmal Artillerie. Vielleicht nicht ganz so viel. Und ansonsten vielleicht nochmal ein bisschen. Mal sehen, wie weit man da mitkommt. Kommen wir später nochmal reinschauen, wie es da aussieht. Was haben wir hier? Die kinetische Theorie der Gase. Daniel Bernoulli. Ah, der sagt mir was. Naturwissenschaftler und Mathematiker hat eine kühne neue Hypothese zum Wesen der Gase aufgestellt. In seiner Arbeit Hydrodynamica hat der in den Niederlanden geborene Akademiker eine kinetische Theorie der Gase skizziert. Die Sir Isaac Newton Theorie widerlegt, dass der Gasdruck von der statischen Abstoßung zwischen den Gasmolekülen herrührt. Stattdessen behauptet Bernoulli, dass der Gasdruck von der Häufigkeit der Kollisionen zwischen den Gasmolekülen verursacht wird, die sich übrigens in jede nur erdenkliche Richtung bewegen. Durch Ausdehnung wird Wärme aus der kinetischen Energie der Gasmoleküle gewonnen, die zu schneller Bewegung angeregt werden, indem dem System Energie zugeführt wird. Und dieses neue Wissen wird den Forschungen anderer Wissenschaftler zweifellos zuträglich sein und so zahlreiche praktischen Fortschritten führen, die noch gar nicht abzusehen sind. Ja, ansonsten, hier können wir nur so Milizen bauen, das ist natürlich ungünstig, weil der da ist ziemlich weit weg ist. Ja, bis die da sind, das dauert ewig, weil hier auch noch so eine Armee ist. Wo sind die, wo wollen die denn hin? Hier unten hin, okay. Ja gut zu wissen, dass wir auch noch eine Armee haben. Die hatte ich schon vom Schirm verloren, sage ich mal. Na gut. Dann würde ich da vielleicht noch eine Armee hinzufügen. Aber dann geht es auch das Geld aus. Naja, weiter geht's. Nächste Runde. Jetzt habe ich dann noch keine Straßen ausgebaut, weil ich gedacht habe, oh, vielleicht brauchen wir doch mehr Soldaten. Das könnte nämlich schwierig werden, sonst. Mal schauen. Also, wir müssen auf jeden Fall irgendwie zusehen, dass wir die Armeen von den Russen da irgendwie dezimiert bekommen, die da an der Grenze stehen. Weil das sind schon ziemlich viele. Und ich würde mal vermuten, dass im Landesinneren auch noch ein paar sind. Immer das Gleiche hier. Nein. Nein, danke. So, jetzt werden wieder sehr viele Städte fertig. Wie es aussieht. Neue Stadt entsteht in Norwegen. Neue Stadt entsteht in Schweden. Lulea. Lalalala. Lulea. Nanananana. Ähm. Ach, die sind noch nicht fertig hier. Können wir nochmal weiterhelfen? Wo ist denn diese Stadt? Müsste doch hier oben irgendwo sein. Ach so, das ist eine Stadt. Ich dachte, das wäre ein Hafen. So, die sind auf jeden Fall nicht fertig bekehrt zum wahren Glauben. Da müssen wir noch weiter arbeiten. So, Baubericht. Jawohl. Ähm. Genau. Und dann sammeln wir noch weitere Soldaten. Aber es könnte dann vielleicht auch langsam reichen. So, jetzt fangen wir vielleicht mal im Westen an. Um da hoffentlich irgendwie geordnet vorzugehen. Hier unsere Straßen auszubauen. So. Das wäre mal ganz schön, wenn wir da mal auch vorankämen. Mit unserem Straßenausbau. Kann ja nicht wahr sein, dass das hier so ewig dauert. Wenn wir das früher gehabt hätten, dann wäre auch der Aufbau der Ostfront schneller gegangen. Naja. Wie auch immer. Auf jeden Fall. Die Forschung geht weiter. Und wenn die irgendwas Neues erforschen, dann wird es schon wieder eng. Weil nicht genug. Weil wir zu viele Forschungsgebäude haben. Wir sind auch alle schlecht ausgebaut. Aber es sind halt sehr viele in der Zahl. Na ja. So, weiter geht's. Wahlergebnisse, schön und gut. Neue Stadt entsteht in Westpreußen. Ist auch schön. Aber ich wollte jetzt erstmal Straßen bauen. Da wollte ich mich gerne von West nach Ost vorarbeiten. So. Jetzt haben wir hier diesen Bereich. So. Und die sollen hier nachrücken. Da gibt es schon wieder ein Problem bestimmt. Ja. Da dachte ich mir doch. Ne gut. Wir warten hier weiterhin. Ah, jetzt ist hier. Die sind angekommen jetzt. An der Stelle. Und hier wird aber jetzt noch ein bisschen rekrutiert. Aber das macht ja nichts. Dann haben wir sie gleich zusammen. Die Ostfront. Dann können wir mal gucken, wie wir weitermachen. Wir können vielleicht einen Krieg mit Russland anfangen. Wobei, vorher möchte ich noch alle Verträge mit denen aufkündigen. Ich bin einfach in der Hoffnung, dass mein Standing hier in der diplomatischen Welt da besser dastehen lässt. Oh, die kommen auch von der Seite. Das ist natürlich nicht so gut. Nein, immer noch nicht. Leute. Ich kann ja den Militärzugang wieder rufen. Dann werden die ja zurückversetzt, denke ich mal. Faktion vernichtet. Cherokee. Die wären hier gewesen. Und sind jetzt nicht mehr da. Natürliche Ursache. Missionars gestorben. Okay. Baubericht. Ah ja. Jetzt können wir wenigstens bald hier in der Artillerie weiterforschen. Forschen, forschen, forschen. So, wir haben Kanonen gebaut. Das ist schön. Ja, ich würde mal anfangen, hier die Verträge mit den Russen zu kündigen. Die hassen mich, aber die haben mir auch keinen Krieg erklärt. Die sind mit Dänemark verbindet, sonst mit niemanden. Okay. Und die Osmanen könnten wir vielleicht als Verbündeten hinzuziehen. Dann bin ich mir noch nicht ganz sicher. Mal gucken, wenn wir jetzt alles wieder rufen. Mal schauen. Jetzt haben wir keine Verträge mehr mit denen. Ähm. Ja, jetzt sind die zurückversetzt worden. Da oben kommen wir nicht hin. Da, wo diese Armee steht. Das ist natürlich schlecht. Ah, ist natürlich nicht so gut. Mal gucken, was die machen, wenn die da, die da haben. Hm. So. Und da können wir auf jeden Fall nach Kiew weiterlaufen. Und hier müssen wir hier irgendwie eine Lösung finden, um mit denen fertig zu... Wobei, es ist schwierig an der Stelle. Da stehen zwei Armeen, da steht eine. Und da ist ein Fluss dazwischen, da kommt man so schlecht rum. Das wird schwierig werden, da was... Da geordnet, einen Krieg zu führen. Wollen wir, weil ich mit denen gerne da runterlaufen würde. Die Russen sind momentan nur mit Georgien im Krieg. Machen anscheinend nichts dagegen. Ha. Man merkt schon, dass die Russen nichts zu tun haben. Ähm. So, Brandenburg. Neue Straßen, bitte. Dankeschön. Ja, dann... Wie machen wir es denn? Ich kann natürlich sagen, ich kümmere mich erstmal hier um eine Armee, dass ich die Leute halt da gegenüber schicke und hier schicke ich die auch da gegenüber. Ich meine, das ist ja keine Stadt, die wir jetzt schützen müssen, das ist ja keine Provinzhauptstadt. Ja, machen wir mal so. Ich stelle die, die sollen sich aneinander direkt gegenüber stellen. Wenn die sich nicht noch weiter bewegen, was natürlich sein kann, dass sie sich jetzt bewegen. Oh, der kann da hinten rumgehen. Mal schauen. Gehen wir erstmal weiter die nächste Runde. Mal gucken, ob die jetzt sogar schon den Krieg erklären. Könnte ja sein. Ah, die ziehen ihre Leute zurück. Ach, die ziehen alle zurück, oder was? Die organisieren sich komplett neu. Mhm, mhm, mhm. Aber die Armee steht da noch. Okay, dann organisieren wir uns nochmal um. Denn da ist ja jetzt niemand. Und da sind jetzt gefühlt alle. Und dann schicken wir da auch alle hin. Weil ich nicht weiß, ob die da stehen bleiben. Keine Ahnung. Aber da stehen jetzt die Leute. Gehen wir auch da hin. Und da steht halt jetzt jemand. Wir müssen uns halt mal da hin bewegen, damit wir halt dann direkt gegen die Leute kommen. Die kämpfen können. Ach du schon, da muss man da kompliziert gehen. Ist ja schlimm. Ähm. Jetzt haben wir nur das Geld für eine weitere Straße. Die bauen wir dann in Bayern. Und für die nächste Rechte ist das Geld. Ich konzentriere mich jetzt auf den Straßenbau. Ich baue jetzt sonst keine kleineren Sachen aus. Aber danach haben wir ein bisschen mehr Einnahmen, so wie es aussieht. Na, immerhin. Ja, nächste Runde. Ah, die zählen sich ganz zurück aus dieser Ecke. Nein, Indien. Kein Interesse. So, dann haben wir wieder was erforscht. Das ist schön. Weg versperrt. Ja, jetzt ist hier niemand. Jetzt kann ich natürlich auch... Jetzt weiß ich natürlich nicht, wo die hingehen. Ja, dann würde ich die halt doch wieder da unten hinschicken. Und was mache ich mit denen jetzt hier? Vielleicht hier irgendwann mal im Land irgendwie versuchen zu beschützen oder so. Hausland ist halt so groß, Mann. Das ist schwierig mit so einem großen Land. Ja, jetzt schön, wenn man irgendwie eine geordnete Möglichkeit finden würde, wie man da vorgehen könnte. Ich schicke die mal hier hin. Da ist irgendwo eine Straße, wobei die... Na, jetzt ist es keine Straße. Das ist nur so eine Textur gewesen. Schwierig. Alles schwierig hier in Russland. Deswegen sind auch so viele daran gescheitert. Gut, nur von Napoleons Scheitern weiß man ja hier noch nichts. So. Bayern. Ausgebaut. Straßen ausgebaut. Hier Österreich. Und Böhmenmeeren. Und jetzt hier noch Schlesien. Es geht voran. Und nochmal in die nächste Runde rein, würde ich sagen. Ah, jetzt ziehen die sich da auch zurück. Hm. Hm. Fraktion vernichtet. Irokesen. Ja, sind die Irokesen schon wieder weg. So, Straßen gebaut. Neue Temperaturskala. Ach, guck schon wieder. Schweden. Guck an. Anders Celsius. Hatte ich doch schon mal gesagt. Die königlich-schwedische Akademie der Wissenschaften hat eine wissenschaftliche Arbeit von Anders Celsius, Professor der Astronomie an der Universität Uppsala, mit dem Titel Beobachtung zweier Fixpunktern einem Thermometer entgegengenommen. Celsius, der bereits als Gründer des Observatoriums in Uppsala und für seine detaillierten Studien der Polarlichter gefährt wurde, schlägt eine Skala zur Temperaturmessung vor, bei welcher der Siedepunkt von Wasser mit dem Wert 0 und der Gefrierpunkt von Wasser mit dem Wert 100 gekennzeichnet wird. Darüber hinaus hat Celsius auch festgestellt, dass der Siedepunkt von Wasser je nach beherrschendem Luftdruck schwankt und dass der Gefrierpunkt von Wasser von äußeren Faktoren unabhängig ist. So, so. So, und dich stecke ich mal hierhin, damit du dann hoffentlich einfach nach Kiew einmarschieren kannst. Wir haben ja gelernt, nach Kiew einmarschieren ist nicht so einfach, aber das ist wahrscheinlich eher der Fall, wenn Kiew selbstbestimmt ist und nicht von den Russen beherrscht. Dann ist es vielleicht schwieriger, weiß ich nicht. Ich kann die versuchen, hierhin zu schicken, aber die werden wahrscheinlich nicht weit kommen. Ich weiß auch nicht genau, was ich da machen soll. Ich werde auf jeden Fall hier versuchen, hier irgendwie rumzugehen, um da irgendwie an diese Stadt ranzukommen. Wobei es wahrscheinlich schneller wäre, hier langzugehen. Na gut, jetzt ist auch egal. Irgendwie wird es schon hinhauen. Wo waren wir stehen geblieben? Schlesien habe ich die Straßen ausgebaut. In Westpreußen noch nicht. In Ostpreußen noch nicht. Und in Polen noch nicht. So. Genau. Das heißt, Nachrufstupf ist heute, äh, heute, heute ist in Zukunft hoffentlich schneller organisiert. So, gehen wir nochmal eine Runde weiter. Oh, Russland ist so groß. Russland ist so groß. Jetzt wollen sie ein Bündnis haben. Geht das auch ohne Forschung? Einfach so? Nö. Okay. Ich brauche nicht unbedingt ein Bündnis mit denen. Weil es ist die zweitmächtigste Macht der Welt, ne? Aber die sind jetzt auch nicht so in der Position, wo sie mir sehr wehtun könnten. Sind halt weit weg. Äh, neue Nation entsteht Chiroki. Ach, guck an, da haben sie sich wieder befreit. Ach, guck mal, jetzt sind die Franzosen da bei den Irokesen anmarschiert. Oder was? Oder war das vorher schon so? Ich weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall die Chiroki sind wieder unabhängig. General ist gestorben von uns. Wir haben eine Stadt in Ungarn dazu gewonnen. Baubericht. Straßenbinderwert fertig. Schön. Und neue Grundsätze der Artillerie. Äh, der Quaker Benjamin Robbins, der Ingenieur und Mathematiker, ähm, hat seine Experimente zur Ballistik und zum Festungsbau abgeschlossen und seine Erkenntnisse als neue Grundsätze der Artillerie veröffentlicht. Dieser Band enthält seine Anmerkung zur Bewegung der Projektile und zum Luftwiderstand, dem sie ausgesetzt sind, zu den Reichweiten von Mörsen und Kanonen, zu den Flugbahnen von Raketen sowie zu den Vorteilen gezogener Kanonenrohrer. Ah, hier können wir weiter ausbauen. Gut zu wissen. Das wäre nämlich wichtig für die Zukunft. Ähm, ja. Könnte man hier irgendwie den Baum angucken? Wie sich das entwickelt, das Gebäude, das Atem? Jetzt gibt es weitere Informationen. Ne, wo war denn das? Gebäudeübersicht. Hier. Genau, wenn wir das in die Richtung bauen, können wir diese Akademie, der, deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin bauen. Können wir mal machen. Ähm. So, Infrastruktur. Wie sieht es aus? Ungarn. Dann, da wollen wir mal weiter. Und dann werden wir wieder am Ende der Folge angekommen. Würde ich sagen. Dann, an dieser Stelle sag ich dann, äh, Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder, wenn wir vielleicht irgendwann mal anfangen, uns mit Russland anzulegen. Also, bis dahin. Schüttelüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü